Ich komme nachher das Auto ausrollen. Hallo! Ja, ich weiß. Bisschen spät, ich weiß. Wir waren noch Eis essen nach der Arbeit. Und du, wie geht's dir? Geht's dir gut, Schatz? Hallo, Bär. Hi, oh, ich hatte sie gleich, gibt's Essen. Oh, na gut. Ja, das war mein Kaffee, Schatz. Brauchst du auch einen Kaffee? Bist du müde? Kannst du einen Kaffee? Hm? Magst du einen Katzenkaffee, Aramis? Oh, mein Schatz. Oh Gottchen, du Süßer. Freust du dich so? Oh, ja. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Mein Großer. Mein Großer Bär. Mein Großer. Komm her. Oh, ja. Hallo, ich freue mich auch, Schatzi. Wo ist denn die Lilly? Hm? Wo ist die Lilly? Ja. Schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen. Oh, jetzt muss ich mir so ein Papa helfen. Der muss sonst mein ganzes Zeug tragen. Schatzi? Soll ich was nehmen? Ja. Hast du alles in der Hand? Ja. Krass. Auch die Wasserflasche und mein Sonnenbrill, nicht wie? Ja. Echt? Guck mal. Ich hab dich zwar nicht gehört, aber ja. Die Wasserflasche und mein Sonnenbrill, nicht wie war die Frage. Guck mal, der Papa ist da. Wo war das Sonnenbrill, nicht wie? Bei der Wasserflasche, aber ist nicht schlimm. Das kann ich nachher holen. Ich hol's nachher, macht nichts. Aramis, kommt da die Lilly? Nee. Da kommt ein Mensch. Komm, schnell. Gehen wir. Schnell, Aramis. Komm mit. Komm. Komm, wir gucken, wo die Lilly ist. Äh. Schatzi, komm. Komm mit. Na, komm. Von hinten kommt auch ein Mensch, Aramis. Es wird nicht besser. Schatz, wer ist das denn? Ja, da kommt. Ja. Wollen wir nicht in der Rege fahren? Nein. Okay. Kata? Nein, sie kommt nicht. Hat sie Angst vor dem Raubtier? Nein, sie geht oben. Ja, sie hat ihr Fahrrad da. Okay, ich mach die da. Weiß ich nicht. Merkwürdig. Jetzt komm mit. Schatz, komm. Ich kann nicht. Beide Schätze, kommt. Aramis, du blockierst. Ich kann nicht zurück. Aramis, komm. Okay, Aramis, Aramis muss erst die Lage checken. Lilly. Hallo. Ja, hi. Hallo, mein Schatz. Na? Hey, schön, dass du auch da bist. Hi. Oh. Hallo. Lilly. Morsi. Wie siehst du aus? Sag mal, wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Lilly, hast du dich? Ja, hast du. Okay, die Katze muss gebadet werden. Okay, nein, nur abgeputzt. Hallo, mein Schatz. Jemand hat sich offenbar in diesen Bären gewälzt. Ich würde mal vermuten, diese lila Fällfärbung kommen von diesen Bären, die hier rumliegen. Wenn sie sich da drin wälzt und die platzen, dann firmen die das Fell ein. Ja, man sieht es da unten ganz gut. Bist du eine Liderkatze? Bist du eine Milka-Katze? Uh, bist du eine Schokokatze, sag. Nein, so ein Schwachsinn. Kleines. Ja? Weitermachen. Weitermachen, Lilly. Wir müssen nicht mal sauber machen. Komm, die kleine lila Katze. Kommst du mal mit rein? Katzi? Katzi? Oh, fall bitte nicht runter, hey. Fall nicht runter, Katzi. Hm? Oh, siehst du aus? Das Oli-Klein ist auch dreckig. Sag, na klar. Ich habe auch den ganzen Tag Abenteuer erlebt. Oh, sie ist ganz warm. Klar, von den Platten hier. Ja, fein. Hm? Kommst du mit rein? Na doch schon. Hm? Na, komm mit. Kommst du mit? Komm. Mausi, komm mal hier. Komm. Lill. Komm mal hier. Oh, Schnakel. Komm hier rüber. Komm hier. 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 Hier drauf. Hier drauf. Hier. Wunderbar. Und mitkommen. Komm. Na, komm mit. Gib was zu essen. Und ich muss dich sauber machen, Schatz. Hm? Na, komm. Du komm mit. Du bist ein Dreckspatz. Du bist lila. Du bist lila, Lilly. Komm mit. Alter, was ist denn da schon wieder los? Oh, jemand hupt sich da einen ab. Schatz, komm. Na, komm mit. Ja, komm. Du musst da runterspringen und mitkommen. Hm? Magst du nicht? Okay, das war das Hupe-Auto. Ich habe mir Verstärkung geholt, weil mit einer Hand lässt sich die Lillie vermutlich nicht. So, die dann abputzen. Junge Dame, komm mal her. Ja, das hier sind feuchte Tücher. Die werden wir jetzt verwenden, um die hierbei ein bisschen abzuputzen. Komm mal her. Oh, voilà. Upsi. Ich weiß, es ist jetzt nicht so toll, aber bevor du das dir ableckst, mein Schatz, bevor du dir das ableckst, will ich dir das lieber wegmachen. Ist nicht gut. Hast du es gesehen? Ist so richtig lila. Lila ist sie, lila. Lila. Ja, ich weiß, es ist doof. Ich weiß, es ist nicht so toll. Ich weiß. Aber. Ja. Komm mal her, wir müssen weitermachen. Komm, komm, komm. Ja, komm. Ja, komm. Komm her. Oh, ich halte sie. Oh, ich halte sie. Ich will nicht, dass du das ableckst. Dann mische ich es lieber weg. Hm? Ist gut? Ha? Ja, nein, vielleicht? Was siehst du? Ah. Komm her. Ja, komm her. Lass mal sehen, ob es weg ist alles. Lass mal sehen, Schatzi. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Oh, mich beißen gerade die Mücken. Geht's bei dir, Schatz? Oh, so gut. Entschuldigung. Dann mach ich jetzt aus. Dann pusse ich sie jetzt noch weiter und nimm das Handy mit. Geh, Lili? Dann machen wir das jetzt alleine. Und dann lass mal sehen, Schatz. Und dann lass mal sehen. Oh, ich habe mich. Oh, ich habe mich. Ich habe mich. Ab die Mücken. Ich habe mich.